Kuppli und Hur Vanessa ist zufrieden. Vor wenigen Wochen wurde die Influencerin zum ersten Mal Mama. Doch die Freude über das Babyglück wurde von einem schweren Schicksalsschlag getrübt, ihre Ehefrau Ina erlitt nur wenige Tage zuvor einen Schlaganfall und ist seither halbseitig gelähmt. Der neue Alltag mit Kind sowie die Sorge um ihre Liebste führten bei Nessie zu einem unerwünschten Gewichtsverlust. Nun meldete sich Vanessa mit einem Update zu ihrem Gewicht. Ich habe mich voll gefreut, dass mein Gewicht sich wieder eingependelt hat, teilte die Neumama ihren Fans in ihrer Instagram-Story mit. Zu Beginn der Schwangerschaft habe sie 65 Kilo gewogen, hinterher nur noch 60 Kilo. Das war mir persönlich einfach zu wenig, erklärte die TikTokerin. Inzwischen habe sie über 2 Kilogramm zugenommen, was sie sehr freue. Vielen Dank für die Videobeschön, vielen Dank für die Videobeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.